Maximilian verlegte danach seine ganze Kraft in die Regierung des reichen Burgund. Um das Reich, dessen mutmaßlicher Erbe er ja war, scheint er sich nicht gekümmert zu haben. Dort verwaltete der alte Kaiser Friedrich III. weiterhin das Chaos. Ein Jagdunfall kostete die schöne Maria von Burgund das Leben. Sie starb 1482 im Alter von 25 Jahren. Drei Kinder hatte sie ihrem Mann geboren. Philipp, wieder ein in der Familie Habsburg bis dahin unerhörter Name, es war der von Marias Großvater, Margarete, 1478 oder 80 geboren und Erzherzog Franz, der 1481 geboren wurde und im gleichen Jahr starb. Nun, nach dem Tod der eigentlichen Erbin, drohte der König von Frankreich neuerlich, diesmal auch auf ordentliche Rechtstitel gestützt. Es kam jedoch nicht zum Krieg. Beiden Seiten fehlte das Geld. Zu Arras wurde ein Friede geschlossen, der freilich nicht lange hielt. Das Herzogtum und die Freigrafschaft Burgund, das heißt das Land um Besançon, das Deutsch Bisatz hieß, wurden an Frankreich abgetreten, nach französischem, rechtlich korrektem Verständnis, muss man sagen, zurückgegeben. Und zwar als Mitgift der kleinen, gerade einmal zwei Jahre alten Erzherzogin Margarete, die mit dem französischen Erbprinzen Karl verlobt wurde. Die Heirat kam übrigens dann nie zustande. Über den, dem Namen nach burgundischen Herzog Philipp, vier Jahre alt, übernahmen die niederländischen Städte die Vormundschaft, die auch den Frieden ausgehandelt hatten. Sie wollten verständlicherweise keinen Krieg mehr. Die dynastischen Interessen Habsburg waren ihnen gleichgültig. Maximilian, der ziemlich hemmungslos die Geldquellen Burgunds auspreßte, – er erwirtschaftete eine Million Goldgulden jährlich, sein Vater in Österreich nur 100.000 – geriet in scharfen Gegensatz zu den Bürgern seines eigenen Landes. Das ging so weit, dass die Stadt Brügge, den nun nicht mehr nur Erzherzog, sondern 1486 zum deutschen König gewählten Maximilian, in ihre Mauern lockte und gefangen nahm.